Hallo Leute und willkommen zurück zu Nerdfighter & Hey, ich bin der Team hier in diesem Raum und wir gehen jetzt zu Spiceman. Wir wollen ja Informationen über Spiceman über direkt weiterkommen, einfach, wir wollen weiterkommen. Und Spiceman ist das über der 10. Sitzung. Vielleicht ist er zu dir. Okay, ich begrüße dir. Vielen Dank für heute. Willkommen bei den Tachimana! Tschüss. Ich bin der Tachimana. Ihr Interessiert. Ah, ich möchte mich über die Weihnachten über die Weihnachten über die Weihnachten. Ich möchte mich über die Frage stellen, aber... Das ist nicht so, was ich? Das ist nicht so, was ich. Das ist auch ein Geschäft, also. Give and take. Ich werde die Veränderung. Welche Veränderung? Ja, genau. Ich habe noch ein paar Zeit gelegt, und ich werde es in der E-Mail informieren. Entschuldigung. Ich habe noch Zeit gelegt. Ich habe noch Zeit gelegt. Hahaha, das ist so. Das ist so. Was ist das? Ich bin kurz, wie ich wieder alles spielte, und ich gebe dir mal einen Speichern. Genau, dass er wieder wartet. Deshalb werde ich mich von meiner Kugel hoch, äh, wieder zuerst verabschieden auflösen. Okay. Dann, ne? Ja, ja, mache ich. So, danke. Okay, ich bleib' noch mal wieder mal. Ich bin gar nicht so lange, wenn ich spiel' nicht, weil ich hab' nicht einfach, irgendwas noch mal zu spielen. Ja, wenn ich sterbe, muss ich noch mal spielen, aber das nicht, das muss ich. Was nicht unbedingt. Ah, ich hätte ich mir noch mal wieder dran an. Also nicht, dass er sich unbedingt der Mann spielt. Also, ich bin lange im zweiten Mal. Das ist nicht mehr, bis ich noch mal. Ich bin, versteh' nicht. Neu, mein. Von Weis Man Austausch. Ich komme gleich zum Punkt. Das Buchbeschwert ist irgendwo in Flühen versprochen und steht. Ich biete Informationen, die Austausch finden. Ich bedau' nicht. Ich bin nicht an. Der sieht irgendwie cool aus. Ich mag's den Blick. Okay, dann gehen wir mal wieder in die World. Ich komme geil auch wieder zum Punkt. Und zwar, indem wir mal wieder in unsere Rio-Bücher reinschauen, ob es etwas Neues gibt. Wir haben schon wieder ein bisschen was erledigt. Mal schauen, vielleicht bekommen wir schon wieder ein paar neue Items. Unsere schönen Rio-Bücher. Mal schauen, was ich jetzt schon gemacht habe. So. Ähm. Schussgegenstände. Wie hoch der Rio-Bücher reinschauen. Mal schauen. Mal schauen. Okay! Wool-Bücher rein! mehr als 120.000 geschenkt und damit hat ja mehr mehr 17 mehr 500 23 ok eine gute stadt im jahr dann gibt es auch wieder den gegenstand soweit ich weiß nicht Wir haben 5 Treffen mit Großvater, ja! 4 Wochen schafft ich mit 18. Wer hat 70 zum Urlaub? 4 Wochen schafft ich mit 18. Damit haben wir auch was mit ihm zu holen. Das Maximum ist für den Teil erreicht. Okay, das ist nur eine Grundliste mit diesem Buch. Okay, da gibt's nichts Neues. Okay, das war's. Danke für's Zuschauen, aber zuerst. Shoppen! Ja, was darf man verkauft! Schaut jetzt nicht, was ich mir rausgenehmen! Du weißt, wo ich hier brauche? Ähm... N aisle amor Nein, das kann nichts vernünftiges tun ... Mit jemand auch auf T-O-Guer Denkst簡單 ... Hey du! Ein giving Danth rein? Wawr I-Kart Ich meine ... Ich muss mich auf ... Ich muss mich auf ... M-U-L-ER ... Wίν ich auf ... Wann ich ... Oder ... Oder weniger ... Nein ... Schauen wir mal auf die Bildung. Ich hab die... ...gegne gar die Joghäte, die will... Will alles nicht haben! So ein Arschloch! Egal, ich kauf die Scheiße, denn einfach... ...weil es will eh kein Schwein haben. Das war... ...nein, das wird so einfach verkauft. Katsushi... ...weil ich mir ein... ...und steinbrischer... ...kaufe... ...weil ich mir... ...deb kaufe... ...weil ich mir... ...und ich will drei Mal, ey... ...weil ich damit... ...ou, das wird schon gut. Und steinbrpper... Ebenholzünde... ...verkaufen wir auch... ...en Snee Jumptricks, auch gekaufte, ...such und gerade einen vorkauf. Wie pfekt ist gerade ein vorkauf. Wie Clarke, gerade ein eben, verkauf... Statt, nun gerade ein vorkauf. Wie ge...? Mit eso-ooocialático... Wie gegriffe ich mir? Wie gegriffe ich mir auch noch�ne innen auf... Wie gegriffe ich mir auch alles auf... ...im dann-Uso-Ja-Ohje-Heb mich oben innen jograf. W- mata cues... Aber jetzt... jetzt schauen wir mal.... ...er Künstlersehle. Ich glaube, man muss das sehen, oder? 20 Und Magie-Seelen-Reihe Helmbrinke 8 Oder nein, ich mache 18 Dann Auferstehung 12 3 19 10 10 10 10 10 10 2 1 2 3 2 Und dann gehen wir noch ein paar Zauber kaufen, ich finde ein paar Hass-Zauber in 2 Minuten, weil ich es mir so einfach zu langsam wenden kann. Temposprüche geben wir, Temposprüche, so, so, gut, damit soll ich auskommen für eine Zeit, damit soll ich mit Zeit, dann gehen wir nochmal speiern, 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 nein, ich will nicht reden, nein, ich will nicht reden, nein, speiern, ja, okay, und speichern, 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 okay, dann werde ich mir meine Gruppe zusammen, rufe meine Gruppe zusammen, meine typische Gruppe aus, bestehend als Gruppe aus, Und, ähm, ich will nämlich, ähm, nicht, ähm, ich will nicht, äh, nicht, äh, ich will nicht hierher, Ich brauche sicher wieder B-Kern. Komm schon. Ja, ich habe einen F-Kern zu wenig, ja! Ich habe einen F-Kern zu wenig. F-Kerne, ähm... Große Monster. Ich kriege große Monster. Leck. Ähm, anderes Serverding. Oder warte. Ich gehe einfach nicht. Was ist für ein Level? Ähm, wie kann ich die Monster sagen? Ich gehe einfach hier hin. Sollte. Ja, schön und weiter. Mir doch egal. Ah, hier waren. Genau hier waren große Gegner. Gibt Fels aus. Nur die sind wie wir hier bin erinnert. Vielleicht sind wir da für einen oder anderen Viruskern dann besorgen. Eine Brau... Wir brauchen einen. Das Schiff... Wüsste sich ausgehen, wenn ich nicht... Okay, wo... War da da? Da ist falsch. Aber hier haben wir noch... Haben wir noch... Ah, da war ein Pap. Den hol ich mir. Oh, da hat die Fußschank aufs Kraft. Aber... Ich werde immer schon... Wir finden das jetzt nicht eh. Ich mache das richtig nicht killen. Okay, nein. Die wollte ich nicht. Weg. Abhauen. Los. Mann. Oh, erst Hilfe. Demol-Tick. Demol-Tick. Ich wollte den hier. Okay. 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 Stirb. 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 Oh, sprich endlich du verdammtes Schild. Nein, nicht. Der Kader. Warum? Ab. Okay, das ist so. Skopio. Skopio. Danke. Okay. Zumindest mal Tschüss. Nein. Das tun wir dir hin. Natürlich. Das tun wir heute hier sind schon mal gestorben. Das ausschaut. Mann, die Haien hier mit Heldrängen sind schon mal. Den glaube ich nicht. Aber das ist gut wie schnell jetzt. Du nervst. Scheiß Arsch. Drücker. Ja. Töten. Los bei Cross. Ja. Level Up für mich auch mal aufdrehen. Äh. Verschminder jetzt keine Tränke, ey. Da ist die Kiste. Die nehme ich mit. Huxraat. Chat einmal. Ja. Wir nicht sind. So. Da zurück. Okay. Gut. Aber jetzt gehe ich trotzdem speichern. Denn ich will nicht den Kern noch mal schröten gehen. Falls nicht. Ich sterbe. Jaja. Das muss sein. Sorry, sorry, sorry. So. Ja. Bayern. Okay. Okay. So. Speichert. So. Dann muss ich das Spielwetter machen. Machen. Oh. So. So. Genau. Ja, Fran. Ja quá, Corneln. Spam. Ich ,, kommen in der entwicklung so hat mich halt zwei weit mit dem Motto und durch die Kennern kommt habe ich jetzt weil sie auch weil sich noch was gebrauchen wird und das wurde die Springer Schatz der Kulost das ist doch gut Wir haben hier Mega Matrix wieder. Ja, Matriiiiiiick. In dieser Dungeon gibt es Spark Blade. Ja, und... ...label! Ich muss die Richtung nicht, weil ich nicht zum Teuer, aber zuerst... Okay, der Große macht mehr Angst. Der hat eine magisch Toleranz. Ja, der hat eine magisch Toleranz. Jetzt wird sie in Donatan. Danke, danke, danke. Okay, er hat die Hilfe und ich benutze... Der hat mir zu. Ach, schade. Der Mikros... Sechs Zeiten habe ich jetzt. Oh, ich bin tot! Halten wir mal bitte wieder, Leute! Danke! Ich könnte schon wieder mit Kitten weiter machen, ey. Der Magie, die Magie, die Resistente ist tot! Jetzt reicht's. Oh, super, sauber. Oh, ja, ... Diesmal bist du Mittelsprong,вер eram verstanden. Hey, schlecht, ... Das ist, ich bin tot! Please Mortimer! Mach es bereits mega, wieorbshccteste! Also creep��- pigs. Ist mal zuvor. え? Es wird halt Ich hab' da... und ich hab' da... Ok, wir holen uns rein... Ich hab' da... Nein, ich hab' da... Doch, ich hab' da... Ah, scheiß drauf! Hau' mir das rein! Oh, Großvater! Ich hab' da... Du hast die Fischung, die du verletzt hast... Ehh? Die Fischung ist anders? Hm... Dann... Das ist das? Ich hab' da... Ok. Ok. Woha! Sehr schön. Kann ich teurer verkaufen? Hm! Bessere Klinge kann ich besser teurer verkaufen. Okay. Kein Dank. Ich brauchte diese Funkendinge. Aber... ...was gut. Hier drinnen erwartet. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.